Zu den Klängen von Status Quo, whatever, blond. Dritte Bundesliga, zweites Heimspiel bei der D&K-Spielvereinigung Erfeldrich am heutigen Samstag, den 12. Oktober 2019. Draußen wunderschönes Sommerwetter, das mag ein Grund dafür sein, dass heute die Zuschauerplätze nicht ganz so gut besetzt sind, wie man das hier zwischendurch auch mal gewohnt ist. Eingangsdoppel zu Gast, DDC Weinheim an der Bergstraße, da habe ich gute Erinnerungen. Da habe ich mal so 68 um die Süddeutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft gespielt, glaubt man kann. Ehrenvoller dritter Platz nach einer durchzechten Disconacht im U18-Bereich. Schafft auch nicht jeder. Schön war es trotzdem, aber lange her. DDC Weinheim, natürlich auch bekannt aus der zweiten Liga. Da könnt ihr meine Videos gucken gegen den TV-Hildpoldstein. All diese Tischtennis-Videos, ihr kennt das ja auf der YouTube-Tischtennis-Seite Reinhard Steinbrecher. Und dann Suchworte TDC Weinheim oder Erfeldrich oder das Datum 2019-10-12. Für die Gastgeber links, Uman. Fast schon so etwas wie Eingebürger. Inne Feldrich spielt hier schon einige Jahre fleißiger Punktesammler. Neu ist Galap, Ali Galap, der Linkshänder an seiner Seite, hat sich bestens eingeführt im ersten Heimspiel. Hat doch zwei Einzelne, glaub ich, sogar gewonnen. Und auch im Doppel irgendwo recht gut gespielt. Vielen Dank. Vielen Dank.